Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das Pokemon Go nennen kann, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Wichtig für all die Leute, die immer fragen, hast du Instagram? Für all die Leute, die fragen, wie kann ich dir was für Raider Mittwoch schicken? Für all die Leute, die sagen, yo, ich möchte bitte, dass du einen Pokestop für mich einreichst, wo kann ich dir die Bilder schicken? Und ich habe jetzt hier meinen Handybildschirm drauf, ne, guck, Handybildschirm, zack, was haben wir hier für News? Krass, Coronavirus in Vietnam, auslöschen statt ab flachen, richtig fett. Ihr seht hier unten schon, in der zweiten Zeile von unten, da steht Telegram, da steht der Messenger von Facebook, da steht Discord, da steht WhatsApp und da steht Instagram. Jetzt möchte ich einfach mal, wirklich, heftig der Boss auf meinem eigenen Kanal sein, Regeln aufstellen und durchziehen. Wir gucken mal kurz der Reihe nach durch, Instagram, ach, Telegram, ihr seht, Telegram. Ich weiß nicht, wer von euch hat Telegram, Telegram finde ich eigentlich ganz chillig, ne, vor allem die Leute brauchen deine Handynummer nicht und können dich trotzdem adden und finden und machen und tun. Und hier habt ihr die ersten zwei Gruppen drin, Rams ist der dicke Raids und Rams ist der dicke Fanchat. Wer Telegram hat und da noch gerne rein möchte, noch nicht drin ist, guckt in die Beschreibung, unter jedem Video in der Beschreibung stehen die Links zur Fangruppe und stehen die Links zur Raid-Gruppe. In der Raid-Gruppe, ganz typisch, Raids und so, werden eigentlich Raids abgesprochen. Die Zuschauer untereinander, ihr seht, 207 Mitglieder sind es jetzt gerade, posten da immer so Listen, tragen sich ein, tun ihre Trainer kurz austauschen und dann laden die sich gegenseitig ein zu Raids, machen so Raids. Da geht es manchmal ein bisschen chaotisch zu. Trotzdem nutzen das viele, diese Raid-Gruppe. Dann habt ihr den Fanchat. So. Da habt ihr auf jeden Fall, könnt ihr euch untereinander unterhalten, könnt Fänge und Sachen zeigen, könnt angeben, Penisvergleiche, ihr wisst, wie das immer so vonstatten geht. Habt ihr auch ein lustiges Bild drin, ihr könnt eure Shinies zeigen, ihr könnt sonst was, also ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt euch über aktuelle News und Themen unterhalten, ihr könnt Fragen stellen, also wenn ihr mich nicht direkt als Ansprechpartner direkt habt und erreicht, könnt ihr auch mit dieser Community, die da drin ist und entstanden ist, was anfangen, könnt mit denen reden, machen, tun. Und bei Telegram nehme ich auch Einsendungen für Raid am Mittwoch an. Denn Telegram sieht eigentlich in Ordnung aus. Ich werde aber nichts aus dem Fanchat abscreenen, denn hier sind so viele Bilder drin, da wird so viel gepostet und manche, die posten hier 20 Bilder rein und schicken mir die 20 Bilder auch noch privat. Damit ich das nicht doppelt und dreifach habe, werde ich aus dem Fanchat nichts abscreenen, wer wirklich was hat, was der für Raider Mittwoch haben möchte. Dann können wir kurz hier beim Georg Halmi gucken, eine Nachricht, wir drücken mal hier drauf, wir sehen Georg Halmi, hab gerade die letzten drei Fünfe Eier ausgebrütet und dann sehe ich sowas. Ihr seht, wenn ich das jetzt hier abscreenen möchte, ich habe ein, zack, ich habe ein volles Bild, ich habe seine Beschreibung dabei, ich habe seinen Namen unten dabei für Raid am Mittwoch, optimal. Ihr seht das Bild in voller Größe, ich sehe den Namen dabei, ich kann das direkt so vorlesen. Ich schreibe mal kurz GW dabei. Gut, mehr schreibt man nicht, ich sage jetzt nicht bis dem Video. Telegram also optimal, was nicht funktioniert, wie hier bei Vortex Viper, wenn ihr über einen Geheimchat, schon zeigt es nämlich nichts an, wenn ihr über einen Geheimchat Bilder schickt, erstens kann ich die nicht abscreenen, da steht immer Fehler, im Geheimchat kann man keine Screenshots machen und ihr seht ja hier auch, da ist so ein Schloss dran, also keinen Geheimchat starten, bei Telegram einfach normal anschreiben, nicht Geheimchat, nicht gar nichts, keine Ahnung. Dann grüße erstmal raus an alle, die gerade hier drin stehen und die hier noch reinkommen wollen. Wie gesagt, für die Raid-Gruppe, für die Fangruppe, Links stehen in der Beschreibung, da könnt ihr auch den privaten Weg zu mir suchen, könnt mich da auch anschreiben, könnt da Fragen stellen, ihr könnt mir hier auch Bilder für Raid am Mittwoch schicken. Wer hat Lust mitzuspielen? Wir sind schon zwei Spiele. Fehlt ein R-Dude. Fehlt ein R-Dude, ob das jetzt, egal. So, Telegram, also super Sache, auf jeden Fall Telegram. Dann haben wir den Messenger. Was haben wir hier im Messenger? Im Messenger gibt es keine Gruppen. Hier Natururin. Oi! Im Messenger gibt es keine Gruppen, aber viele Leute haben Facebook. In Facebook, es steht mein Link zu meinem Profil. Ramon Hess steht auch unten drinnen. Ihr könnt mir bei Facebook auch Bilder schicken, wie hier vom Thomas Speck. Perfekt, dann hat es der Postbote nicht geklaut. Ihr seht, er schickt was. Ich mache ein Großbild und kann es hier abscreenen. Es steht oben der Name dran, dass ich direkt weiß, von wem es ist. Es ist das Bild im Großen da. Mache ich ein Däumchen, weil ich es gesehen habe. Messenger, Facebook funktioniert wunderbar. Ihr könnt das schön abscreenen, ihr könnt mich erreichen, ihr könnt mir für Raid am Mittwoch Bilder schicken, ihr könnt mir Fragen stellen. Also, Telegram, Messenger, super Sache. Dann haben wir WhatsApp. Digga, was ist da los? WhatsApp, was nehmen wir denn mal hier? Hier, da habe ich meine, da haben wir unsere Gruppe von Hildburghausen, wo wir uns normalerweise für Raids verabreden. Wir gucken mal hier kurz nach. Hier hat die Blechgoldsau ein Bild geschickt. WhatsApp funktioniert auch. Ihr seht, ihr habt ein Großbild. Ihr könnt einen Screen machen. Ihr habt das Vollbild da und den Namen. Sieht so ähnlich aus wie beim Messenger. WhatsApp geht natürlich nur, wenn ihr eigentlich meine Telefonnummer habt und könnt mir da schicken. Wenn ihr meine Telefonnummer habt, schickt mir Sachen für Raid am Mittwoch. Oder stellt Fragen oder haltet einen Plausch. Alles kein Problem. Also, Telegram, könnt ihr Raid am Mittwoch schicken? Messenger, könnt ihr Raid am Mittwoch schicken? WhatsApp, könnt ihr Raid am Mittwoch schicken? Jetzt will ich euch nur kurz zeigen, Discord ist auch neu. Haben sie ja eingerichtet, die Bubis. Hier werden auch Raid-Absprachen abgehalten. Ihr seht, ihr könnt ja hier ein Raid reinschreiben. Hier steht jetzt 13 Uhr mit Trainernamen. Dann können sich Trainer hier eintragen, die mitmachen wollen. Die hätten sich auch gegenseitig. Ist ein bisschen übersichtlicher. Ihr habt hier bei den... Ihr habt hier den Chat auch dabei. Bei Discord, da könnt ihr auch mit anderen Teilnehmern chatten. Im Endeffekt sind da die gleichen Leute wie bei Telegram. Ihr habt die Pokémon Go News. Da werden automatisch also die News gepostet, immer wenn es was Neues gibt. Ihr habt die Video News. Da werden automatisch meine Videos gepostet. Immer wenn ich was Neues hochgeladen habe, ist das hier dabei. Ja, ihr könnt ja auch Screenshots reinschmeißen. Und das Problem ist, bei Discord kann ich trotzdem nichts abscreenen. Hier haben wir zum Beispiel Master Ruler. Wenn ich den jetzt groß mache, habe ich zwar das Bild groß. Irgendwann, wenn es fertig geladen hat. Aber ihr seht jetzt schon, nirgendwo taucht der Name auf. Master Ruler. Weil immer oben steht, View Amped. Und das ist halt das Problem. Das heißt, bei Discord, wir hatten erst eine Rubrik Raid am Mittwoch, wo alle ihre Sachen reinposten sollten. Das sollte so eingestellt werden, dass nur derjenige, der es reinpostet, es sieht und ich und die anderen Teilnehmer das nicht sehen. Weil sonst wüssten die ja schon alles, was bei Raid am Mittwoch kommt. Leider hat das nicht so funktioniert, wie es sollte. Und leider ist, wenn ihr was reinpostet, steht dann immer View Amped da. Warum es auch immer nicht lädt hier jetzt. So. Man könnte es zwar abscreenen. Zack. Kein Problem. Aber ich weiß nicht, von wem es ist, weil der Name nicht dasteht. Und das ist halt, das ist halt doof, ne. So. Ansonsten, wer trotzdem dem Discord-Server beitreten möchte, weil hier auch Tauschanfragen drin sind, der Raid Chat. Ihr könnt eure Trainer kurz da reinpacken und wie gesagt, die Raid Absprachen. Ihr könnt hier immer Raids eintragen, wenn irgendwo was ist. Auch alles kein Problem. Aber, keine Bilder schicken. Das funktioniert leider nicht. Raid am Mittwoch Bilder schicken bei Telegram, beim Messenger, also Facebook. Bei WhatsApp, wenn ihr habt, da habt ihr ja eigentlich genügend Wege und Möglichkeiten. Wie gesagt, Links stehen immer in der Beschreibung von den Telegram-Gruppen, die Raid-Gruppe, die Chat-Gruppe. Mein Facebook-Profil dabei. Meine Handynummer steht zwar nicht drin, aber mein Trainer-Code, mein Spielername, der Discord-Server steht drin. Falls ihr da beitreten möchtet. Aber jetzt, weshalb die Sendung überhaupt entstanden ist. Ich glaube, die meisten User haben Instagram. Die meisten User nutzen Instagram. Und ich habe die ganze Zeit über Instagram Bilder angenommen. Aber ich werde jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Regel aufstellen. Ich werde keine Bilder für Raid am Mittwoch mehr über Instagram annehmen. Ja? Tut mir leid für die Leute, die nur Instagram haben und nichts anderes. Ihr könnt weiterhin über Instagram den Weg zu mir finden. Ihr könnt mir Fragen stellen. Ihr könnt, äh... Ja, ihr könnt ein Gespräch führen. Ihr könnt, äh... Ihr könnt euch Tipps abholen. Ihr könnt mir Tipps geben. Ihr könnt mir Lob und Kritik aussprechen. Leute, die sagen, ob ich für sie vielleicht einen Pokestop einreichen könnte. Die können mir da auch ihre Sachen zukommen lassen. Die Bilder und die Koordinaten. Das ist ja egal. Das taucht denn nirgendwo auf. Also ist ja egal, wie es aussieht. Aber bitte. Keine Raid am Mittwoch Bilder mehr über Instagram. Warum? Das zeige ich euch jetzt gleich. Wir gehen erstmal auf Instagram und sehen. Oh mein Gott. Da ist ja mächtig was los. Und nicht nur, dass da mächtig was los ist. Sind da auch noch neue Anfragen da. Ah ja, 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 ja. Hey Ramse, das kannst du mir vielleicht erklären, wie? Hier stimmt wieder einer, der wissen möchte, wie man spooft. Soll ich das Rayquaza maxen? Wir gucken mal kurz hier beim Piet rein. Das meine ich schon. Das ist für mich alles so gut. Der ist jetzt neu. Der ist noch nicht drin. Deswegen. Jetzt sind die Bilder hier. Aber die Bilder sind alle unscharf. Ich könnte das so nicht mal abscreenen. Ich muss dann immer auf das Bild drauf gehen. Dann sehe ich das Bild. Jetzt habe ich aber den Namen oben nicht mehr. Ich wüsste also jetzt nicht mehr, wer das ist. Wer das geschickt hat. Ich kann auch nicht rüber switchen. Ich gucke dann hier. Hier ist ein Shiny. Okay. Aber wenn ich so. Jetzt müsste ich so einen Screen machen. Dann müsste ich hier drauf einen Screen machen. Dann müsste ich wieder hier drauf einen Screen machen. Dann müsste ich das alles so durchwischen. Ich finde aber schon alleine das. Das sieht einfach richtig kacke aus. Was hat er noch? Shiny Kokowai. Ja. Okay. Er fragt, ob er das Rayquaza maxen soll. Ähm. Wenn du kein besseres hast. Beziehungsweise es dein bestes Shiny davon ist. Dann gerne. Scheiß auf. Scheiß auf e.v. Gönn dir. Junge. Ich habe. Gönn dir. Zack. Es tut mir wirklich leid dann für die Leute. Ähm. Weil viele eben Instagram nutzen. Aber es regt mich so auf. Denn es gibt so viele Wege da überhaupt was abzuscreenen und zu machen. Und das finde ich richtig schlimm. Ich muss mal kurz schauen. Irgendwo hatte ich doch noch einen Kollegen. Der hat. Wo hat er das? Welcher war das Mann? Ich weiß nicht mehr wie er heißt. Hier komischerweise. Das muss man nicht erst antippen. Das steht schon da. Ist aber klein. Wenn ich das so abscreen. Ich finde das ultra hässlich. Wenn ich es groß abscreen. Sieht man das Bild. Okay. Aber es steht kein Name dran. Ich müsste also das abscreenen. Und danach noch das andere. Normalerweise. Oder ich nehme nur das. Und es sieht halt richtig kacke aus. Irgendjemand. Hat mir doch aber was geschickt. Wo ich überhaupt nicht. Hier. Official Louis war das glaube ich. Das. Das verstehe ich auch nicht. Ihr habt es gesehen. Manche schicken Bilder. Die werden angezeigt. Als Vorschau. Dann gibt es welche. Die schicken Bilder. Die sind unscharf. Ihr müsst erst drauf drücken. Dass ihr die seht. Und dann manche schicken Bilder. Wie Official Louis. Da ist halt ein Playzeichen. Und da steht Foto. Er schreibt. Hi. Das habe ich alles bekommen. Ab Montag. Was soll ich damit machen? Ich verstehe es nicht. Ich screhe das hier so ab. Oder wie? Damit ich den Namen habe. Dann drücke ich auf ein Foto. Es geht nicht mal. Beziehungsweise. Wenn ich auf Foto gedrückt habe. Ist das kurz aufgeploppt. Mit einer Timeline. Die abgelaufen ist. Und nachdem das hinten war. Ist das Foto wieder klein geworden. Und ist grau geworden. Sodass ihr es nur einmal kurz antippen könnt. Dass euch das angezeigt wird. Und dann ist es wieder weg. Aber das Foto. Als es angezeigt war. Das war so stark vergrößert. Links und rechts. Hat die Hälfte gefehlt. Oben und unten hat die Hälfte gefehlt. Man konnte das auch nicht rauszoomen. Es sah einfach richtig schlimm aus. Meiner Meinung nach. War das sogar. Viermal dasselbe. Ich weiß nicht. Egal wo ich hier drauf drücke. Es passiert nichts. Und gerade diese Nachricht. Vom Official Lewis. Hat mich dazu gebracht. Einen Cut zu machen. Einen Schlussstrich zu ziehen. Mit Instagram. Weil Instagram mich einfach so hart nervt. Instagram einfach so hässlich und dumm ist. Ich meine wenn ihr selbst Fotos hochladet. Und euch da präsentiert. Auf eurem Profil. Ist okay. Aber diese Privatnachrichten. Sachen für Raid am Mittwoch schicken. Das ist das dümmste. Das ist das dümmste. Was ich je gesehen habe. Telegram bekommt das ordentlich hin. WhatsApp bekommt das ordentlich hin. Der Messenger bekommt das ordentlich hin. Alles ist ordentlich. Aber Instagram ist der letzte Dreck. Wenn es darum geht. Bilder für Raid am Mittwoch zu schicken. Deswegen. Werde ich hier auch einfach nichts mehr annehmen. Es tut mir leid. Wirklich. Ihr könnt mir weiterhin Sachen zeigen. Wenn jetzt wirklich was extrem krasses dabei ist. Was vielleicht Schocker der Woche wert wäre. Dann würde ich das klar mit reinnehmen. Da ist ja der Name und das Bild. Das ist schon dann zwei Sachen wert. Ihr könnt weiterhin eure Fotos schicken. Für Pugestops. Ihr könnt weiterhin Fragen stellen. Oder irgendwelche anderen Sachen. Oder keine Ahnung. Also wenn ihr einen Draht zu mir finden wollt. Könnt ihr Instagram gerne nutzen. Weil das viele haben. Aber bitte. Wer wirklich unbedingt zu Raid am Mittwoch möchte. Sachen hat. Die angeblich wert sind. Eingereicht zu werden. Macht das über Telegram. Macht das über Messenger. Macht das über WhatsApp. Macht das über irgendwas. Aber nicht mehr. Nicht mehr bei Instagram. Ich will diesem Dreck keine Plattform mehr bieten. Ich verstehe es immer noch nicht. Sowieso. Ich meine. Facebook kann man noch Fotos hochladen. Und teilen. Warum gibt es eine extra App. Die nur Fotos hochladen. Und teilen kann. Facebook kann man noch Statusmeldungen posten. Warum gibt es eine extra App mit Twitter. Wo man Statusmeldungen posten kann. Das ist wie. Man. Der eine hat einen Rucksack voll. Da ist eine Taschenlampe drin. Da ist ein Taschenrechner drin. Da ist ein. Da ist ein Gameboy drin mit Spielen. Da ist ein Schreibblock drin. Da sind Stifte drin. Da ist so viel Gebambel. Und der andere hat einfach nur ein Handy in der Hosentasche. Da ist ein Taschenrechner integriert. Da ist eine Taschenlampe integriert. Der kann sich Notizen machen. Der kann schreiben. Der kann telefonieren. Der kann Spiele spielen. Also. Wenn ich doch ein Gerät für alles habe. Warum dann jedes einzelne Gerät extra mitführen. Deswegen verstehe ich das einfach immer noch nicht. Facebook hat für mich meiner Meinung nach alles. Deswegen bin ich oldschool Facebook Typ. Aber. Die Jugend von heute. Die. Die Neuzeit. Sagen alle. Facebook ist out. Ich rauche mein Kraut. Komm zu Insta. Du kleiner Pisser. Yeah. Und dann denken sie. Ich bin cool. Ich habe Insta. Hast du Insta? Geh mal auf Insta. 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 Ihr könnt euch bei Facebook. Könnt ihr euch genauso suchen. Könnt euch markieren. Könnt Fotos hochladen. Ich habe Twitter. Ich twitter den ganzen Tag. Twitter hier. Twitter da. Und dann immer nur dumme Sch. Geht auf Facebook doch auch man. Facebook ist für mich immer noch das Maß aller Dinge. Auch wenn es out ist und keiner mehr nutzt angeblich. Aber der Rest ist für mich alles Schrott. Deswegen wird aus mir auch nichts. Weil ich mich gegen so neuzeitliche Sachen immer wehre. Jetzt ist das hier schon wieder fast eine Ramses Hate Blog Folge geworden. Aber ich werde die Nachrichten bei Insta, die ich alle hier habe, natürlich durchgucken. Ich gucke immer alle Nachrichten durch. Manchmal dauert es auch. Aber ich werde auf jeden Fall hier im Prinzip nichts mehr abscreenen. Ich werde Fragen beantworten. Ich werde Tipps geben. Ich werde Hallo sagen. Ihr könnt da mit mir chillen und alles. Aber bitte nutzt die anderen Wege für Raid am Mittwoch. Wie gesagt, das bezieht sich nur auf Raid am Mittwoch. Raid am Mittwoch Einreichungen nur noch bei Telegram, Messenger, WhatsApp. Wenn ihr meine Nummer nicht habt für WhatsApp, kein Problem. Telegram, Messenger. Und weil Messenger ja Facebook ist und Facebook in euren Augen ja Dreck ist und veraltet, nutzt halt Telegram. Gerade durch die Raid-Gruppe, die Fan-Chat-Gruppe haben ja viele Telegram. Nutzt Telegram, schickt mir bei Telegram, alles ist gut. Das ist ein kleines Video und wundert euch nicht, wieso ich die ganze Zeit aussehe. Jetzt wäre ich im Rotlichtbezirk. Das ist der Hintergrund hier von dem hässlichen Instagram. Und deswegen sieht das auch jetzt so aus, wie es aussieht. Zum Abschluss können wir einfach aus Spaß hier zack den Hintergrund so ändern. So sehe ich wieder normal aus und damit verabschiede ich mich jetzt. Wichtige Folge, wie gesagt, wenn demnächst Leute was schicken, ich ignoriere es. Fragt nicht, wieso es nicht reingekommen ist. Jeder, der fragt, warum sind meine Sachen nicht in Raid am Mittwoch, ich werde euch immer genau den Link zu diesem Video hinklatschen. Ich werde euch immer den Link von diesem Video hier hinklatschen. Irgendwann hat es eine Million Aufrufe. Weil so viele Leute fragen, warum sind meine Sachen von Insta denn nicht im Video? Total behindert. Gut, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Und heute, 18 Uhr, ist wieder ein Livestream, eine Trade-Session. Diesmal mit dem Ramdusch, also mit dem Hannes Schröder. Sei dabei, chillt ein bisschen mit mir. Und dann mal gucken, was es für neue Lucky Pokémon gibt.